Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Infonews aus dem SCS Software Blog und ich soll das nochmal hier ankündigen, habe heute nochmal eine Nachricht bekommen vom Nemiro und das machen wir natürlich auch. Also wir haben bloß noch heute und morgen dürfen wir abstimmen, nämlich für das Renault Truck Evolution Community Vote Event und der Hedricks, Sabr, Junkie, Christoph und der Stefan, die haben ja hier praktisch ihre Projekte abgegeben, beziehungsweise das sind die fünf in der Liste und allen fünf kann ich jetzt schon mal gratulieren, denn ihr habt hier dieses Trustmaster gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Tolle Geschichte schon mal, ne, auch von Trustmasters hier als Sponsor, exklusiv Sponsor, den fünf Jungs hier sowas zu sponsern. Coole Sache, also wie gesagt, das Event, beziehungsweise da wo ihr alle jetzt mit abstimmen könnt, endet am 2. Mai, ne, also am 2. Mai, das ist dann morgen. Und deshalb da bitte noch bitte mit abstimmen. Es gibt eine spezielle Seite, ich klicke da mal drauf, dann könnt ihr das sehen, das ist ETS2 Design Contest, da könnt ihr hier abstimmen. Das heißt, ihr klickt praktisch den Skin an, der euch gefällt, ich klicke das Beispiel von Christoph, Christoph kenne ich sogar, von seinen Projekten, der macht wirklich gute Sachen. Oder dann hier, oder, warte, 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 klicken, ach ja, guck mal, gibt's verschiedene, ah, es gibt sogar verschiedene Bilder dazu. Guck mal, 6.4. dazu, auch sehr schön, schöne Sachen. Toll, oder? Also auch sehr, 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 sehr toll, hier nochmal das so dargestellt, wirklich sehr tolle, tolle Arbeit. Wir gucken uns hier mal ganz kurz durch, ich finde die richtig gut gemacht hier. Von jeder Seite ein bisschen, Skin finde ich auch klasse, der macht auch richtig schöne Sachen hier, ne. Wirkt auch richtig gut. Gut, das hier, dann haben wir noch den hier, den Renautrack Evolution Skin. Der sieht natürlich auch richtig gut aus. Sehr viel Dank für den Weltmeister, aber ich hoffe, dass er gute gewinnt. Auch sehr nett geschrieben hier, ne. Auch sehr nett geschrieben. So, dann haben wir hier noch. Den hier. Wenn man sehe, sollte ich mir raus, sonst was machen, haben sie das zugekommen mit einem Design, würde ich ja sowieso. Ist auch schöner, sehr schöner Skin hier. Ja, also auch wieder hier löblich, ähm, diese Skin Arbeit hier, ne. Und ich weiß nicht, wie viele Leute sich da beworben haben, müssen anscheinend ganz viele gewesen sein. Aber sieht schon gut aus. Stuttgart als Kennzeichner, könnte vielleicht jemand sein, der aus Deutschland kommt, aber das weiß ich jetzt nicht so. Aber schöne Bilder. Ja, ihr müsst auf alle Fälle hier als Beispiel, ich mach's bloß mal Beispielhaft, hier abstimmen. Und dann müsst ihr E-Mail-Adresse eingeben und dann hier bestätigen, der Stimme, ne. Das, ähm, so funktioniert, drückt Enter und dann werden wir dann die Tage sehen, wer gewonnen hat und welcher Skin dann auf einen echten Evolution draufkommt. Da bin ich mal gespannt, äh, wenn das mal so kommt, weil ich glaube, derjenige wird dann auch eingeladen. Also tolles, tolles, äh, Event, geiler Contest hier mal. Na, so sollte SCS in Verbindung mit, äh, mit Sponsorpartnern, ähm, öfters machen. Finde ich eine gute Sache, finde ich echt eine gute Sache. So, habt ihr noch Fragen hier dazu, dann dürft ihr das gerne mal einfach kommentieren. Ansonsten bitte abstimmen, äh, wenn möglich heute und morgen noch und, äh, dann, ähm, ja, hoffe ich mal, dass irgendwann mal wieder so ein cooles Event kommt von SCS hier. Das ist nämlich echt was Feines. In diesem Sinn, schönen Abend noch, macht's gut, bis bald und adios. Das ist die Frage, bis bald und dabbe. Untertitelung des ZDF, 2020